Thema Unfall nach Spurwechsel. Wenn ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug auf die Fahrspur des geschädigten Fahrzeuges herüberkommt, haftet er bzw. seine Kfz-Haftpflichtversicherung voll für den entstandenen Schaden. Das Problem, das an dieser Stelle entsteht, ist, dass der Spurwechsel häufig schwer zu beweisen ist. Sachverständige können nur mit sehr eingeschränkten Mitteln der Frage nachgehen, wer denn tatsächlich herübergekommen ist und wer auf seiner Fahrspur verblieben wurde und damit der Geschädigte ist. Das bedeutet, dass man jedem, der in dieser Situation in einen Unfall gerät, nur raten kann, sämtliche Beweismittel sofort zu sichern. Das sind Zeugenaussagen, Lichtbilder von Bremsspuren und ähnliches. Bitte verzichten Sie nicht auf Ihre Rechte, denn die Versicherungen werden häufig versuchen, den Schaden dann maximal zur Hälfte zu erstatten, obwohl der Versicherungsnehmer durch seinen Spurwechsel den Unfall verursacht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017